Die Börse kann man meistens öffnen, aber es ist nicht für uns, es ist nur für die großen Böse, die hier in den Kanälen sind. Diese Börse kann ich normalerweise öffnen, das ist ja aber natürlich nicht für uns, weil wir hier so oft durchfahren müssen. Sondern die großen Schiffe sind hier raus die Woche.